Ich heiße Ralf und bin Pfleger auf der Stadt 2.1. Ich habe eigentlich ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Vita hinter mir, dass ich in Berlin gearbeitet habe und habe dann eine Physiotherapie-Praxis gemacht und habe durch Liebe mich jetzt hier aufs Land gezogen und habe dann meine Praxis verkauft und dann bin ich in die Pflege gegangen. Wahnsinnig schöne Landschaft, die Natur ist wunderschön, wir haben unheimlich viele schöne Seen. Man kann abschalten aus jeglichen Stress, egal welcher der ist. Bei uns in Teupitz beginnt kein Tag wie jeder andere. Das Besondere ist, dass man mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen arbeitet, mit allen möglichen verschiedenen Eigenschaften, unterschiedlichen Krankheitssymptomen. Blind vertrauen muss man sich, also es ist ganz wichtig, dass man da richtig ein gutes Team hat, dass man sich auf jeden verlassen kann, weil wir oft mit Polizei und mit Rettungswagen Leute, die Alkohol, Drogen initiiert sind und Psychosen haben. Teamfähig muss er sein, er muss mit Menschen umgehen können und das ist das Wichtigste. Weltoffener, kommunikativer junger Mensch, egal, jung oder alt ist egal, der ist das sehr wichtig. Der sich gut integrieren kann und der mit uns hier eine richtig tolle Truppe bittet. Wir suchen dich als Teil unseres Teams. Bewirb dich. Wir freuen uns. Wir suchen dich an, es geht nicht 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 an, es geht an, es geht nicht 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 an, es geht an, es geht nicht an, es geht nicht an, es geht nicht an, es geht an, es geht nicht an, es geht nicht an, es geht an, es geht nicht an, es geht nicht an, es geht an, es